Sollen nun beim Erstellen von Grundrissen Bauteile verwendet werden oder nicht? Das kann hier ganz gut verglichen werden, indem der Grundriss einmal mit Bauteilen und ein anderes Mal mit Konstruktionselementen entsteht. Hierfür wird für einen einfachen Grundriss auf die Architektur gewechselt. Dort kann man dann das Werkzeug Wand aufrufen. In den Eigenschaften der Wand wird dann alles Nötige für eine einschichtige Wand eingestellt, welche 0,365 dick ist. Die Höhe ist hier mal nicht so wichtig. Unter den Formateigenschaften gibt man noch die Stiftdicke an, 0,5. Bei der Flächendarstellung kann man noch eine Stilfläche oder etwas anderes verwenden. Hier wird die Stilfläche Mauerwerk eingestellt. Dann geht es auf OK und dann werden die Wände gezeichnet. Zum Beispiel rechteckig. Rechteckig in einer Länge von 8,49 m und in einer vertikalen Ausdehnung bei Y von 5,99 m. Dann wird man für eine Innenwand noch in den Eigenschaften die Wanddicke auf 0,115 umstellen und auf OK gehen und die Wand dann platzieren. Mithilfe des Bezugspunktes kann die Wand auf einen Abstand von 3,51 m eingemessen werden, linear gezeichnet werden. Nochmal 3,51 m richtig herum nach oben. Dann werden wir noch eine Tür, zwei Türen benötigen. Das Werkzeug wird natürlich aufgerufen. In den Eigenschaften gibt man die richtige Form an. Samt Breite 1,01, samt Öffnungshöhe 226. Für weitere Ergänzungen wird man noch ein Makro laden. Bei den Makros im Standardpfad gibt es auch Türmakros, einflügelige Türmakros, STZ, offen oder STZ geschlossen. OK, OK. Dann wird man die Türe platzieren und einmessen mit einem Abstand von 2 m von der Ecke. OK, Öffnungsbreite gibt man mit Enter ein. Das Makro legt man richtig. Rechtsklick zum Bestätigen. Dann kommt noch eine andere Türe, in der man wieder das Makro lädt. Hier die einflügelige Tür mit der Umfassungszahl geschlossen. OK. Vielleicht sogar mit einer anderen Türbreite 0,88,5. OK. Dann wird man auch diese Türe an der entsprechenden Stelle einbauen. Vielleicht einen halben Meter von der Wandecke entfernt. Eingemessen. Mit der richtigen Türbreite. Es werden nochmal kurz die Eigenschaften kontrolliert. Weil ein Aufschlag sollte auch noch angegeben werden. OK. Türbreite. Lage des Makros bestätigen. Aufschlag platzieren. Da der Aufschlag an der anderen Tür vergessen wurde, wird hier per Doppelklick linke Maustaste nochmal kurz geändert. Der Aufschlag wird dazugenommen. OK. Und wenn dieser Aufschlag leider falsch herumliegt, kann man diesen per Doppelklick linke Maustaste nochmal angehen. Das richtige auswählen und platzieren. Vielleicht muss sogar noch die Stiftdicke geändert werden für diesen Türaufschlag. Dann wird man natürlich noch Fenster platzieren. Hier werden zwei Fenster platziert. In den Eigenschaften gibt man auch hier die Form, die Öffnungsbreite mit 1,01 m an. Brüstungshöhe, Öffnungshöhe kann man angeben, wenn man möchte. Natürlich wird man auch hier die Makros entsprechend auswählen. Bei den Fenstermakronen wird hier ein einflügeliges Fenster verwendet. In der Vorschau kann man sich das besser darstellen. In dem Fall das Drehkippfenster. Beidseitige Brüstungsdarstellung ist eingestellt. Die Stiftdicke oder diesen Layer hier kann man auch noch besser einstellen. Und das Ganze dann platzieren. Ein Fenster vielleicht hier drüben, was wir einmessen mit 1,5 m Abstand. Breite, Enter. Das Fenster wird platziert mit Rechtsklick. Das andere Fenster können wir noch platzieren, indem wir das richtig umstellen. Mit 1,5 m Abstand platzieren. Öffnungsbreite und auch hier das Fenster richtig platzieren. Dann benötigen wir noch ein paar Beschriftungen, indem wir andere Bauteile, die Raumbauteile nutzen. Bei den Raumwerkzeugen wird man dann die Funktion angeben. Wohnen. Man kann noch weitere Attribute angeben. Letztendlich geht es auf OK. Und man wird mithilfe der Geometrieerkennung oder manuell diese Räume nachfahren. Der erste Raum wird manuell nachgefahren. Ein Text erscheint. Mit den Textmenüs muss man das vielleicht noch schöner einstellen. Hier wird die Bezeichnung ausgeschaltet. Die Funktion wird genutzt. Die Grundfläche wird mit dargestellt. Über den Umschalter wird noch gecheckt, welche Texthöhe und Textbreite man benötigt. Dann wird der Text letztendlich platziert. Der zweite Raum wird ein anderer Raum wie Kochen, Essen. Und dann wird man auch hier auf OK gehen. Und hier kann man auch mal die Geometrieerkennung nutzen oder Flächensuche reinklicken. Die Kontur wird nachgefahren und der Text wird platziert. Mit Escape wird das Ganze beendet. Dann fehlen noch die Vermaßungen, welche per rechte Maustaste auf die Wand aufgerufen werden können. Hier wird man das Wende-bemaßen-Werkzeug nutzen und die Eigenschaften passend einstellen. Texthöhe ist soweit OK, aber vielleicht noch die Faktoren ein wenig umstellen. Unter Maßblock schaltet man die benötigten Maßketten ein, welche man haben möchte. Letztendlich geht es auf OK. Man markiert die zu vermaßenden Wände bestätigt, klickt die Außenseite an bei den Wänden und bekommt den Maßblock an die Maus gehängt, vielleicht sogar mit einem richtigen Abstand. Die untere Wand mit Rechtsklick wird bestätigt. Parallel zu dieser Seite und das Absetzen. Die Wände für die rechte Seite mit Rechts bestätigen, Außenseite anklicken, platzieren. Die obere Wand und alle zugehörigen Wände auswählen mit Rechtsklick bestätigen, parallel zu dieser Wand und absetzen. Hier beim Wohnenraum könnte noch auf der linken Seite ein weiteres Fenster eingebaut werden. Man kann auch Objekte und Bauteile spiegeln. Kopieren und spiegeln von diesem Fenster über eine passende Spiegelachse und vielleicht mit der Punktmodifikation diese ganze Sache noch in die richtige Richtung, in Y-Richtung einen halben Meter breiter machen. Dann sind wir mit diesem Grundriss fast fertig. Als letztes benötigen wir noch die Beschriftung, dass diese ein Erdgeschoss ist. Normale Textwerkzeuge kann man natürlich auch nutzen, aber in unserem Fall wird das Werkzeug Geschoss verwendet. Wenn man hier reingeht, kann man die entsprechenden Angaben machen, überflüssiges gegebenenfalls auch löschen und dann an der richtigen Stelle die Liste füllen mit dem Attribut Erdgeschoss in diesem Fall. Mehr muss nicht unbedingt angegeben werden. Auch dies wird man nachfahren, indem man den Umriss des Gebäudes umfasst, mit Escape das Ganze abschließt und am Schluss erhält man einen Text mit weiteren Angaben zu Umfang, Fläche und so weiter. Dies wird sogar ausgeschaltet, da hier nur die Grundfläche dargestellt wird und über den Umschalter haben wir 3,5 mm Höhe und setzen das Ganze ab. Und fertig ist das Erdgeschoss. Und wenn man Bauteile verwendet, kann man gegebenenfalls auch gleich per Taste F4 eine Animation mit erhalten.